Wir sind ein Cocktail, arabisch und barstisch und deutsch. Mein Name ist Lala Riesener und ich bin 17 Jahre alt. Mixing ist ein integratives, filmpraktisches Projekt, in dem einheimische und geflüchtete Jugendliche zusammen einen Film machen. Bei dem Projekt nehmen halt zwei Klassen teil, einmal allgemeine Schüler und die Integrationsklassen. Sie sind fröhlich, sie haben Spaß, endlich mal keine Schule. Wunderbar. Wir probieren weitestgehend Deutsch zu reden, aber für die, die es nicht richtig verstehen, die haben einerseits eine App, mit der sie halt komplizitere Sachen übersetzen können. Katholik machen wir das alles nicht allein, sondern es gibt noch Profis. Jetzt musst du Schärfe nachziehen. Den Text habe ich mit Lucy zusammen gemacht und die Melodie ist von Philipp. Wir stapeln die Koffer gerade, weil wir eigentlich darstellen wollen, wie gepackt man eigentlich ist, wenn man verpflichtet. Du musst gehen. Er soll seinen Fluch spielen. Ich denke, das Herz ist das Beste. Wenn jemand dir das Herz gibt, musst du dir auch mit dem Herz geben. Mit Herz. Ich liebe mit Herz. Jeder sagt jetzt ein Wort, halt auch seine Heimatsprache, was ihnen am wichtigsten ist. Das ist wieder ein Beweis, dass diese Jugendlichen, sie haben auch was mitgebracht. Ich glaube, wenn alle Menschen mehr in Liebe leben würden, dann würden wir für die Zukunft mehr erreichen können. Hier in Deutschland habe ich eine neue Familie. Freunde werden zu Brüdern. Die WhatsApp-Gruppe heißt Big Family. Das verbindet uns. Wir sind sehr glücklich. Das war eine schöne Woche in meiner Beziehung. Vielen, vielen Dank. Und wie heißt das Ganze nochmal? Mix it! Mix it! Mix it!